Der neue Kollektivvertrag vom S.S. Sektor ist am 22. August 2017 in der Schriftgegen. Sie sind am nächsten Oktober in seiner Kraft. Hast du eventuell nach frohenden dazu oder fehlender Informationen zu den Änderungen zwischen dem Ehlen an dem neuen Kollektivvertrag? Sie knüpft und melde sich direkt durch die Generalversammlung vom S.S. Sektor. Was haben wir das hier für unsere Sektorreise erst gemacht? Der 26. Oktober, wir kommen an die Generalversammlung vom Sektorreise. Für Flotte sind wir zwei Schriftgegen-Abertskollegen in Höhe der Gräse. Der FCGV ist in unserer ersten Assemblée Générale im Sektor Soins- und Socio-Educativen, die am 26. Oktober am 18.30 Uhr im Sektor Kulturel von Sessange. Ich zeige euch unser Rapport d'Aktivitäten 2017. Und natürlich, die principale Veränderungen der neue Kollektiv-SAS-Sektorreise. Wir sind auf dich! Wir sind auf dich! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020